Die Ladefläche ist ja nicht zum Absetzen und Wegfahren, sondern das ist eine Ladefläche, um die an die Rampe irgendwo rückwärts heranzufahren und umzuladen. Oder rückwärts an die Güterwagen. Wie viele Tonnen drückt der denn? Können wir denn nicht einfach mal ein Auto unterfahren? Das wäre ideal hier bei uns für die Behinderte kommen mit ihren Rollern oder mit dem G-Wagen. Die können dann hochgefahren werden und dann rein in den Personenwagen. Das ist auch so zum Spielen überhaupt für die...